Herzlich Willkommen im Genieser Hotel Sonnenberg in Maransen in Südtirol. Mein Name ist Harald Fischnaller und ich bin der Juniorche. Unser Hotel liegt in einem der schönsten Feriengebiete in Südtirol. Gitschberg-Jochtal mit seinen Seilbahnen, das Altfastal, die Fahnealm. Besonderes Erlebnis ist eine Wander- oder Biketour über die schöne Rodeneckhalm. Herzlich Willkommen sind bei uns Wanderer und Biker. Gemäß einem 4-Sterne-Genieser-Hotel bieten wir kuscheliges Wohnambiente. Unsere Zimmer und Suiten sind alle mit biologischem Vollholz ausgestattet. Die Sonnenberg-Suite hat 47 Quadratmeter. Die Turm-Suite hat 42 Quadratmeter. Die Panorama-Suite hat 35 Quadratmeter. Das Panorama-Zimmer hat 27 Quadratmeter. Alle Zimmer sind mit Balkon ausgestattet, Richtung Süden mit Ausblick auf die Dolomiten, Beitlerkofel, die Geisler, Langkofel und Schlerrm. Morgens finden Sie auf Ihrem Tisch eine Frühstückskarte, aus der Sie Gerichte wählen können, die wir Ihnen dann frisch zubereiten. Für unsere Geiste backen wir selber das Brot. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bieten eine Vielzahl von Wellness und kosmetischen Behandlungen an. Verschiedene Saunen, Hallenschwimmbad, Whirlpool, mehrere Ruheräume. Verschiedene Saunen Verschiedene Saunen Verschiedene Saunen Unser Team in der Küche verwöhnt sich kulinarisch. Wir bieten unseren Gästen wöchentlich mehrere Themenabende. Einen Tiroler Abend, Italienischen Abend und Gala-Dinner. Sowohl vegetarische als auch glutenfreie und laktosefreie Gerichte. In unserem Weinkeller haben wir die bekanntesten Südtiroler, italienischen und internationalen Weinen. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Das waren einige Eindrücke vom Genießerhotel Sonnenberg in Maransen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir dürfen Sie bald zu unseren Gästen zählen. Vielen Dank und bis bald!